wie teleportieren kannst du also die pc-version ja die ist ab 18 und ungekürzt doch die ist gekürzt auf xbox playstation alles gekürzt ab 16 nein 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 warte die nazi-arbenbinden sind alle zensiert und der anal-sorten mini-spiel wurde auch ein bisschen zensiert oder sogar komplett ausgeht abgeht ist mir gerade scheißegal ja ich lege es nämlich auch nicht mit moment ich schau nach ich schau nach ich heil heilsig manfred prämie das ist von spongebob gell der eine so auf einmal manfred nein das ist geister 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 weißbrot ja das ist von spongebob nein das ist aus mario super mario das ist nicht so ein englischer witz der ist auf ghost ghost toast und in der deutschen version heißt er wie geister 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 weisbrot weisbrot ernsthaft die sagen ernsthaft weisbrot ja natürlich hast du das noch nie gesehen meinst du in spongebob kenne ich den joke auf einmal bringt er weisbrot also patrick halt ne das wäre das würde nicht passen geld er taddeos oder mr krabs nein das war ein random bob weisbrot weisbrot ne doch das ist ziemlich was das war irgend so ein mongo ich habe keine picke mehr ich muss so ein surfer das war irgend so ein mongo ne nico ich habe keine spitzacke mehr ich muss so ein ziel begehen ok ich hole mal das heftig ist ja ne warte ich meinst du das vor ja der shader denkt sich hin und wieder dass du ein grasblock bist und dass ihn dich wackeln lassen muss zombie temmel zombies zombies so wieder ein paar picken gut drei spitzhacken müssten eigentlich mal reichen bei mir eh gib dir mal die kohle warte ich war mal kurz das woanders hin und das auch kennt eigentlich jemand von euch rust ja ja gib dir mal die kohle hat das jemand von euch gespielt nein 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 das ist dreckkiste dreckkiste wir haben hier voll oh ich glaub's nicht guck mal hin das ist voll steil ja warte lass lass das ähm das ganze zeug hier rüber machen dass hier nur stein drin ist oder wir brauchen eine neue kiste die stein drin hat Hier ist die Dreckkiste Ja, eher für eine neue Kiste Ja, ich mach gerade eine neue Boah, ey, das ist ein Raum mit Tiefe, Alter Stell dich mal hier in die Ecke und guck mal den Raum an, ey Das ist übertrieben Bledig Also, ich pack jetzt da nochmal und geh woanders hin Achso, willst du nicht hier bleiben? Bei mir Ja, jetzt noch nicht mehr Jetzt will ich mal ein bisschen auf Tour gehen Ich werd mir wahrscheinlich was Zeug noch gelassen Ich nimm meine Diamanten mit und pack die aber in der Kiste Lass dich nicht vom Zeug erwischen, mein Freund Der Zeug ist böse Aber er fühlt sich gut an Meinem Anus Dann gibts erstmal schön fett im Anus Blege in dein Anus In meinem Anus Ich krieg's nicht hin, den Wasserstrom so zu schwimmen, ohne dass ich runterfliege Und gleichzeitig noch atmen kann So Scheiße, wa? Das ist mein, das ist mein, das ist mein, das ist mein, das ist mein Replay dazu So Super I Sagen Fowie R Ich leuchte aus ihm mal gerade den Buddeltunnel aus den Buddeltunnel nach unten den Wassersprungtunnel weil der ist der Dunkel und der Buddeltunnel der Buddelloch-Punnel Da musst du jetzt so was lustiges einwerfen Der Pangalenes Buddeltunnel Langer Penis Pangalenes Wuhuuup Pangas Pangalenes oder Scheiße Epik Oh ne, es ist auch noch Nacht, oder? Tingeltangel Bob Natürlich ist Nacht Tingeltangel Bob Du bist so ein Tingeltangel Bob Tingeltangels gerne durch die Gegend, das weiß ich, das seh ich in deinen Penis Penis Okay, ich kann es sogar so lassen wie ich es geplant hab Gib mir ein P Und Sind safe Wuhuuu Gib mir ein E Pee Dann räum ich mal alles weg Bis auf mein Eisenschwert und Ihr Hähnchen und Ihr Fackeln und ich nehm mal ne Spitzhacke mit an meine kaputte Kommst du wieder zurück, oder was? Nein, ich gehs mal hoch zu denen da Achso Dir angucken, was die für'n Spaß haben Ja, meine Eisenrüstung kann ich mal lassen, wir haben eh genug Eisen glaube ich, oder? Äh, ne, eigentlich nicht, aber du kannst die trotzdem immer ne machen Mach mal dann später ne Dier Ja, kein Problem, mach einfach Dier Stückrüstung mach ich bitte, Dier Stückchen Schlimmstenfalls farmen wir einfach Eisen Aber auch nur schlimmstenfalls, das muss ich dazu sagen Ja Peach Boah, ich muss sagen, die Spinnen sehen so geil aus beim Shadern Äh, Alex, kannst du mir noch nen Gefallen tun? Äh, ungern Aber, sag an, was? Ähm, mir ein wenig Holz farmen, damit ich sehr sehr viele Fackeln machen kann Ich will nämlich die Wege markieren Mit Fackeln Und dann wirf's einfach runter und sag mir, wenn du's runtergeworfen hast, dann hol ich's nämlich ab Warte, ich will nur noch kurz diese Ecke hier fertig machen mit Holz Kein Problem Weil ich nutze ja unvercraftetes Arkazienholz, weißt du, wie ekelhaft es ist zu farmen Ja, oder wenn du, wenn du 64 Sticks hast, geht das auch, ne? Wär sogar einfacher, wenn du im R64 Sticks rüber wirst Ich, äh, ich holz jetzt schnell einen Baum ab und dann komm ich Alles klar Ich sollte nur dabei nicht immer wieder von überall runterhüpfen Ah, danke für deine Hilfe auf jeden Fall, ne? Jupp 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 Hat sich ja auch für dich gelohnt Bisschen Also du sagst, 64 Sticks gehen auch? Jaja Reichen 48 auch? Ah, ich holz noch einen Baum ab, warte Sollte klappen, sollte klappen Ich holz noch einen Baum ab, warte Warte Kam es nicht einfach ein bisschen Eichelholz ab? Äh, Eichel Der Job kommt von mir Dieb So, ich schmeiß jetzt 64 solche Dinge runter, warte Ich lauf grad mal hin Ich muss eh noch hinlaufen, also warte Hast du noch Essen dabei eigentlich? Ich hab nur noch zwei Hähnchen jetzt dann dabei Weil den Rest hab ich jetzt alles in die Endertruhe gegeben, weil... Golly! Ja, ich wart hier Ah, Moment, Moment Give me some shit Da müssten eigentlich runterkommen Ah, angekommen, wunderbar, danke Gut, dann mach ich mich mal auf den Weg und geh mal die anderen besuchen Jo Nils, willst du mitkommen? Klar Aber ich werd noch kurz erstmal die Hühner bissl... What the fucking hell, Nils, du hättest arbeiten müssen! Was? Was ist los? Was hat er gemacht? Er hat vergessen die Eier wegzumachen, jetzt haben wir hier fast über die Hälfte der Truhe voll Ja, dann... Hm Wir brauchen einen zweiten Trichter Du kannst welche mitnehmen und Eier legen Stimmt! Wir bräuchten so ein Abschlacht, äh, ein Abschlachtort für Hühner Ja, geht aber auch Und eine Brutstätte, wo man dann die Eier auch reinschmeißen, aber wird ja auch wirklich zum Töten nutzen Das, äh, Sohn, es versucht zu fliehen Es versucht zu fliehen Tötet es, bevor es Eier legt Scheiße, der war unbewusst, Alter, geil Das sieht so krank aus, einfach nur Meinst du mein Eier-Eier-Ding? Ja Versteh ich gar nicht, warum meinst du denn? Meinst du wegen der Massentierhaltung? Ja, Alex, wo bist du? Lexi 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 Eier-Hakel Geht mir jetzt auf den Sack Höhö, Flachwitz Aaaaah, Eier-Hakel, Hühnerbomben Knallst du die grad rein? Nein, ich knall sie einfach grad auf den Nils drauf Verdammt Los Pikachus Sie sind zu stark Ich könnte jetzt grad sagen, ihr spielt mit meinen Eiern Ich muss einen anderen Weg finden Eiern zu spielen? Wartια Er will mal ein Eier spielen, der Spar Dafür brauch ich nur YouPorn Hehehe Joooooh, und Ken Ken Touches Ken can touches Ken touches Warum brauchst du eigentlich grad die ganzen Eier? Weil ich es kann Der hat doch Recht Autsch Egal, gehen wir zu den anderen, komm! Jetzt ist eine Chance von 1 zu 4 das soll was spawnen oder was? Die Rache! Mehr hatte ich nicht. Du warst echt nicht drauf. Vor allem, weißt du wie viele Eier ich noch hab? Genug! Ich hatte zwei und die reichen mir. Ich hab immer noch eher gut 5, 6, 6 Huhn! Hey, Nils, weißt du, das letzte Mal als ich die Hühner, ähm, also, äh, letzte Aufnahme Session, ähm, hatte ich bei den Hühnern so viele Hühner drinne, dass die, ähm, mittlerweile so, äh, einfach rausgeglitscht sind oder in die Wand geglitscht und gestorben sind. Die ganze Zeit. Und deswegen, ähm, hab ich jetzt mega viel Hühnerfleisch gehabt. ich hab so 2,5 6 Hühnerfleisch oder so. Okay, Qubi, sieh uns. Oh mein Gott! Ein Qubi auf meinem Pferd! Aaaaah! Greifen wir ihn an? Aaaaah! Nein, nein, greifen wir ihn nicht an! Was macht das Schaden? Nein, das macht keinen Schaden Ich bin bei meiner Eier-MG Die Eier-MG Wie ist die Eier? Ich habe gerade gemacht Ich habe gerade gemacht Ich bin sehr wert Ich bin sehr wert Nah, ich bin sehr wert Kennst du das eine Bild Mit Pokémon Mit Pokémon ich habe halt die Schnauze es wird wohl essen holen also passt das obwohl er so ähm in den in die Wüste geht und dann schau das an die sind eh zu dumm zum Leben und regen sich darüber auf dass er einfach die ganze Kürze der ist auch mein Ei du hast mein Ei gestohlen he stole my eggs fucking monkeys stole my eggs ich mache mir einen Diamantbogen wie jetzt geht nicht leider so das hier Nils war ja Blackys Haus und Tiberius Haus nur die haben das angezündet weil sie es lustig fanden das Haus hier war geil ja weil sie umgezogen sind du musst wissen die fand es dann lustig ihre Brücke anzuzünden dann hier rüber zu gehen zu den anderen falls du hier noch nicht warst ne war ich nicht also hier drüben musst du wissen ey da drüben schau mal das ist ein Seepferd ein Seepferdchen ja ich kam gerade aus dem Loch raus ist ne Farm die machst du jetzt bitte nicht aber sonst killt dich Jan und Jan kann dich killen ohne mit der Wimper zu zucken der ist wirklich PvP Pro ja img img img